Moin Leute, hier ist Alex. Heute sind wir mal in der Schattnerhalle hier in Leitzig bei uns in der Turnerhalle und es gab ja ein paar Leute, die gedacht haben, dass mein Benchpress Video fake ist. Heute zeige ich es euch noch mal live und da seht ihr hoffentlich, dass es nicht fake ist. Ich gebe mal die Kamera fix an Stefan ab. Also hier handelsübliche Banken. Also hier keine Drähte, nichts. Auch hier nichts. Einfach drunter legen. Das schwerste ist die Balance zu finden. Wie ihr seht, keine Trähte, kein Fake, alles real. Jeder, der normale Bankdrücken mit 20 Kilo plus sein Körpergewicht schafft, der kann das auch. Wie gesagt, das Schwerste ist einfach nur Balance zu finden. Und das war's. Ich hoffe, ihr glaubt mir das alle und bis später. Ciao.